jo leute und willkommen zu meinem neuen video wie ihr seht sind wir ganz ja wie heißt das auf meinem ersten malen bildschirm heute wollte ich etwas zeigen nämlich auf den instant buttons dann gehen wir direkt mal drauf so also wie seht ihr jetzt für reden richtig viele ich sag einfach nur was soll ich sagen ja das war es nicht was also das hier ich bin immer noch klar um der war richtig geil bruh mhm ich hatte es nur als favoriten weil das nicht dass ich das mag dass man ein bisschen dumm ich finde es einfach nur lustig halt die frense Alles klar. Man, warum kommt nicht am Ende Taste the Feeling? Das würde richtig abgehen. Das hatten wir schon. E.A. Sports. It's in the game. Where are you now? A family under the sea. Hello. It's me. Halt die Fresse! Goodbye, motherfucker! Also, das war so eine Komm, habt ihr das gehört? Hello. It's me. Zum Beispiel, man kommt jetzt so rein, ähm, und dann singt man einfach nur, hello, it's me. Und dann sagt der andere, halt die Fresse! Und, äh, du oder wer auch immer sagt einfach nur, goodbye, motherfucker! Oh, nee, was ist denn einfach nur? Das würde richtig abgehen. Alter. Also, ich sag jetzt erstmal gar nichts mehr. Ich mach einfach jedes nacheinander und dann mach ich ein paar Kommos, okay? Weil, äh, wenn ich das anmache und nicht, und ich spreche, dann hört man nicht, wie grad eben. Weil... Goodbye, motherfucker! Aber das meine ich. Okay, dann machen wir mal das hier. Halt die Fresse! Auf jeden Fall. Alles klar? Nee, ignorier mich einfach. Nein, ich bin gar nicht da. Ich klingel hier zwar klar. Nee, ich klingel und vibriere, aber das interessiert es ja nicht. Gut, für mich kein Problem. Ich mach meinen Job. Ich, nein, ignorier mich. Kein Problem für mich. Haha. Hey, warum bin ich? Let's go, Lousin. Hatte ihr das gesehen? Ich so. Das war so eine Kombo, weil es ist so ein John Cena Remax von der Musik halt und dann habe ich es einfach so ein bisschen eingefühlt. My Little Penis My Little Penis My Little Penis Ich fache Woten Freundschaft, Wotsein Kadelego Penis Okay Okay Okay. Surprise, motherfucker. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! It's all dirty to me. It's all dirty to me. It's all dirty to me. They see me rolling. They hate it. Controlling and trying to get me right and dirty. Trying to get me right and dirty. This is Sparta! This is Sparta! All the time. Turn it down for what? Turn it down for what? Give it on Zombie Apocalypse. Okay. I don't know what I'm allowed. Smoke weed every day. I don't know what I'm allowed. With a hood, with a hood, with a hood hat. And I dig in a cup with a hood hat. All them bitches hanging out with a hood hat. You better bust that. You gonna fall out. Okay. Now watch me whip, whip, watch me, nae, nae. What? Okay. Man, schade. Warte. Now watch me whip, kill it, now watch me, nae, nae. Okay. Why do you hear that? Now watch me whip, kill it, now watch me, nae, nae. Okay. Now watch me whip. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. We're going whip, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Okay. Wir ficken im Karton. Tom, 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 tom. Tom, 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 tom. Ähm. Ich will eigentlich nur eins sagen. Das. Wir ficken im Karton. Wir ficken im Karton. Genau das. und was hatten wir noch dass das nicht also dass jetzt mein video nicht gesperrt wird ich weiß jetzt nicht wie man das zensiert das ist das kleine problem aber die gespotspott musik Halt die Fresse! Jetzt hör zu, das ist eine Kombo. Also passt richtig geil zu. Oh. Smoke weed everyday. Uhh. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to kiss me riding dirty. 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 You talk dirty to me. 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 Also das war es für dieses kleine Video zu Instant Buttons. Ich wollte, ja was soll das denn sein? Also eine Einleitung für meine Videos. Also das heißt wiederum, dass ich in Videos einfach manchmal dies einbaue. Ich weiß jetzt aber nicht genau wie das geht. Ähm. Dann könnte man das einfach zum Beispiel wenn ich eine Kronentruhe öffne. Und dann am Ende einfach irgendwie so seltene kommt. Dann kommt einfach nur das. Ja. Das kommt dann wenn ich dann ähm wie heißt das eine gewöhnliche ziehe. Und wenn einfach normal dann einfach nur. Ja. Genau. Ja. Ja, das würde ich dir auch sehr gerne empfehlen. Nein, Mann! Mann! Ja, ich sag einfach nur...